So, und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Nach einer Pause geht's weiter. Und ich bin ganz ehrlich, ich will hier... Ich will hier gar nicht sein. Ach du Scheiße. Ja, und dann noch in Stereo pinkeln. Was? Das Ding fällt uns gleich an. Ich seh's schon kommen. Ich will mich nur umgucken. Ich bin nur Gast hier. Na, 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 na. Ich bin nur Gast. Kann man nix machen. Kann man da was machen? Nein. Boah, wie fies. Ich mach lieber schnell wieder... Lieber schnell wieder die Tür zu. Aber wenn wir nicht zurückkommen, wo müssen wir... Oh nein. Geht hier Licht an? Scheiße. Ich will hier gar nicht sein. Nein, hör auf! Wie lehne ich mich nochmal zur Seite? Achso. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Ist irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier drin. Irgendwas ist hier drin. Und ich will nicht wissen, was... Nicht, dass es auch sowas macht, wie mit uns. Äh, wie mit denen. Hör ich ein... Mimimimi? Mimimimi? Boah, wie geil das aussieht. Wie so ein Sternenhimmel. 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 Wow. Ich sehne nur, mich selbst zu beruhigen. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ich lasse jetzt einfach mal die Taschenlampe aus. Wie schön, dass ich auch direkt zu dem Geräusch hingehe, ne? Anstatt ich einfach mal woanders langgehe. Vielleicht kommt die GEMA. Ja. Ich glaube auch. Mhm. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Aber wir haben schon wieder diese Störungen im Bild. Oh, scheiße. Sackgasse, oder? Scheiße, scheiße. Ist eine Sackgasse. Scheiße. Nein, 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 nein. Gebe, 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 gebe. Ich guck dich nicht an. Es ist genau da. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Es ist genau da. Es ist genau links. Ich weiß es genau. Hu, ha. Hu, ha. Hu, ha. Hu, ha. Ich versuche mal durch die Ritzen zu gucken, ob ich das Vieh irgendwie sehe. Hu, ha. Hu, ha. Hu, ha. Hu. Hu, ha. Ciao. Hu, ha. Hu, ha. Hu, ha. Hu, ha. Ich versuche mal hier durch. Hu, ha, ha. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Was muss ich hier machen? Ich muss irgendwas machen. Irgendwas muss ich machen. Irgendwas muss ich machen. Hallo? Bitte warten Sie, man kann nur für Ihre Aktion. Was? Ich habe keine Zeit. Nein, nein, nein. Nein. Ah! Scheiße! Scheiße! Was? 30 Sekunden muss ich aushalten? Willst du mich verarschen? Namen Bulli, willkommen zur Let's Play Live Show! Ah! Was, das Gesicht von dir will ich als Kontaktfoto? Ist es fertig? Was? Ich will da gar nicht gucken gehen! Was steht da? Zeit für Zurücksetzung überschritten? Was? Willst du mich verarschen? Steh auf man! Na! Bitte warte mal! Ach du Scheiße! Jetzt kommt das Scheißvieh wieder! Jetzt kommt das Scheißvieh wieder! Geh, gleich, gleich, gleich! Geh, 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 geh reasonable, gleich! Da war es! Ich hab es gesehen! Ich hab's gesehen, da war es! Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Boah, alter, was muss ich denn machen hier? Zurück, Schlussbestätigung, Schalter umlegen. Was, 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 was? Ja, leg doch den Schalter um, Mann! Man legt doch den scheiß Schalter um! Nein, 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 nein. Mann, Alter, die irgendwie noch als scheiß links Verpisst euch hier, ihr scheiß kleinen Pisskinder Achso, lieber Supertox Du kannst es vielleicht auch für mich machen Also wer links postet, kannst du gerne bannen Du bist ja Moderator hier, wenn du dann nichts zu tun hast Zwischendurch Und dann soll nochmal einer sagen, Soma ist nicht gruselig Das ist wahrscheinlich Freddy Freddy Wo bist denn du? Ist das jetzt fertig hier oder wie ist das? Hauptspeicher Online Ah, sehr schön, das läuft Okay, jetzt müssen wir nur noch zurückkommen hier Ach du Scheiße Ciao Nein, nein, nein Ich habe Geräusche gemacht Scheiße, ich habe Geräusche gemacht Nein Scheiße, scheiße Geh weg, 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 weg Nein, hier ist der Kasse, oder? Nein Ich muss weg hier Ich muss weg hier Ja, 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 ja Hallo, Herztsteiler, willkommen zur Let's Play Live Show Schönen guten Abend Ja, 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 geschafft Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt hier rein? Warum sind wir denn so vernebelt? Der läuft irgendwie ganz merkwürdig Warum ist es sich denn so verwischt? Mann, hör auf Da rum zu hampeln Komme ich jetzt hier wieder zurück, oder wie ist das? Geh weg, du bist hässlich Was ist das denn? Das sieht aus wie über Silent Hill Was ist hässlich? Kletter doch da hoch Kletter doch da Kletter doch da hoch, Mann Alter Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg, 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 du bist so Was ist das hier für ein hässlicher Knubbel? Ah Ah, Alter, ist das hässlich Tu mein Gefallen, erschreck dich nicht, warum? Warum sagt er hier nicht, was da unten los ist? Oh Oh Wenn ich das mit der Point Morphe spielen müsste, oder mit der Oculus Das Tor ist offen, ne? Oh je Sieht aus wie Mr. Henki Das ist ein bisschen aus wie von Silent Hill Prost zusammen Boah, die Kackwurst, die guckt schon Was, schon wieder? Findet jemand, der den Sicherheitscode kennt Wir haben doch Oh Jetzt müssen wir wahrscheinlich in den anderen Raum rein, ne? Oh Da müssen wir jetzt wahrscheinlich da die Terminals aktivieren Weil wir jetzt ja den Router neu gestartet haben Will ich wissen, was da hinter dem Tor auf uns wartet? Ich glaube nicht Er humpelt auch Das heißt, wir müssen mal irgendwie Vielleicht ist das auch Lebensenergie, wo wir unsere Faust immer reinstecken Das kann natürlich sein Wenn wir jetzt sehen Wir humpeln jetzt und haben so eine Sicht Und hier ist noch so ein Ding Ja Das Das ist zwar Lebensenergie für uns Schaltet aber Oder löst Quasi Sachen aus Die nicht zu unserem Vorteil sind Man sieht's Was, die hab ich an? Was? Was? Wieso soll ich mich dann eigentlich nicht erschrecken? Wo war denn das mit den Computern? War das da? Oder war das? Ne, hier war das, ne? Wieso soll ich mich nicht erschrecken? Wieso hab ich was? Zwei brauche ich? Achso, zwei Klos, ja War das vorher schon? Ja, bin dabei Scan-Programme Chip Scan-Daten einsetzen So, jetzt können wir hier die Chip-Daten einsetzen Müssen wir auch noch Der Alien-Fister 2.0 Ich mach hier mal die Tür zu Besser ist Keine Lust davon Irgendwas angegriffen zu werden So, was haben wir denn hier? So, lokal 34% frei Komprimierter Neu-Graf Reads Das ist wieder das Herzwerke-Vertragung Wassergefüllter Stahltank Vertragung verweigert Eingeschränkter Datenzugriff Okay Das funktioniert alles noch nicht So wie es aussieht Okay Das kann sein, dass es Energie an mich Weitergibt von der Umgebung Können wir jetzt hier was machen vielleicht? Ich glaube nicht Da können wir nur nochmal die Sachen lesen Hm Wir sollen ja jetzt ein Chip finden, ne? War ja unsere Aufgabe für den Hauptprozessor Müssen wir mal gucken, wo wir den finden Wer suchet, der findet Hier ist noch was So, Scan-Log Hm, 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 hm Ah ja, interessant Schrommeier hat mich gekündigt Noch ein Todesfall Dann sind wir erledigt Zeitplan Zeitplan Okay Ah, guck mal einer an Was wir da gefunden haben Können wir den jetzt einsetzen? Hallo? Was war das für ein Schatten? Alter Schwede Okay, können wir anscheinend nicht einsetzen Wo muss der denn hin? Muss der Ah Okay Steckplatz 1 Chip Lade Umgebungsdaten Fehler, was? Hä? Kann das sein, dass der Chip für einen anderen Computer ist? Die Sachen müssen jetzt mal raus Hui War da drüben noch irgendwas mit dem Chip? Vielleicht können wir mit dem Stuhl ja gleich woanders hinreisen Das wäre super So Um Gottes Willen Tankfluten Scanraum Pilotens ist besser Fortführung Für Arche nicht notwendig Angewendet auf Arche Auf Chip kopieren Geht nicht Okay Auf Chip kopieren Diese Daten sind bereits auf dem Chip enthalten Hä? Ah, okay So, jetzt haben wir hier den Scanraum haben wir jetzt noch drauf Das heißt, normalerweise dürfte das Wahrscheinlich jetzt da drüben Wahrscheinlich jetzt hier nochmal anschließen, oder? Boah, Watten Watten durcheinander Scanprojektor aktiv Ship mit Scan-Daten einsetzen Habe ich doch Hä? Oder muss ich hier hin? Ne, warte mal Hier war nur der normale Komite Okay Also irgendwas müssen wir auf jeden Fall noch rüber kopieren Denke ich mal auf den Chip Aber finde ich ganz geil Ist richtig cool gemacht Lade externes Gerät So Ähm Das können wir nicht kopieren Das nicht Da haben wir schon, glaube ich, ausprobiert Nein, das geht nicht Scam-Raum Hatten wir, glaube ich, schon kopiert Ist bereits auf dem Chip drauf Strand Ist bereits auf dem Chip drauf Angeblich Jaja, stimmt Und auf Chip kopieren Abgelehnt Das hört sich im Hintergrund immer so ein bisschen an Wie, äh Wie Alien, ne Dass das Alien immer durch die Schichte irgendwie krabbelt Übertragung abgelehnt Defekte Daten Hm Wo können Wo könnten wir denn mit dem Chip noch hin? Hier ist ja nichts, ne? Hm, hm, hm Ich hab schon gedacht Freddy steht vor der Tür Freddy War denn hier noch War denn hier noch Computer gewesen irgendwie Die wir Nutzen konnten Ich weiß es gar nicht mehr Hört sich alles so fies an Ah je Ah je Ah je Ah je Ah je Nein, hier war kein Computer Hier war noch einer Aber der funktioniert nicht Verdammt Da ist keiner Hier ist gar nichts drin Und hier ist auch keiner Verdammt Wo müssen wir denn mit dem Chip hin? Bin da ein bisschen überfragt Wenn ihr mich fragt Hmm Uuuuuh.